Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja, in der letzten Folge haben wir das Grab des unbekannten Königs besucht und wir haben auch eine neue GF und zwar Brothers. Wir haben in der Tauers und Sekretor bekommen, die wir auch als Gegner hatten und nun, ja haben wir die beiden und jetzt wollen wir die doch mal ein bisschen versuchen auch hoch zu pushen, vom Level her ist ja doch noch recht schwach und die werden wir noch ganz gut gebrauchen können, vor allem haben die auch sehr gute Abilities, die wir später auch nutzen wollen. So, also gut, klar, ich werde jetzt nicht so dramatisch hoch pushen. Ich werde jetzt hier halt ein bisschen kämpfen und das war's dann auch schon. Also die Kämpfe, die ich jetzt auf dem Weg mitnehme, sozusagen. Und kommen ja später noch mehr Gegner, wo ich dann auch noch ein bisschen leveln kann und dann geht das schon. So, das kleine Vögelchen kriegen wir noch so platt. So, ein Drinoa ist dran noch. Zack, und noch nicht ganz weg. Schön attacke. Und mir gleich boh. So, und das war's mit dem kleinen Vögelchen. Gut, so jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie schon mal eine neue Waffe vielleicht kaufen können für irgendjemand von denen, vielleicht für Christos oder für Xel, aber für Xel glaube ich eher weniger. Da fehlt uns, glaube ich, mal die Drachen-Shopo. Ich weiß aber auch nicht von wem ich die kriege. Also, jetzt so von den Gegnern hier. Ich glaube hier ist kein Gegner gerade in der Nähe irgendwie, den ich suchen kann, um diese Schuppe zu bekommen. So, Brothers hat anfeuern, erlernt sehr gut, dann können wir gleich mal was anderes hier einstellen. Gonforce Magie. Machen wir erstmal HP. Damit sie erstmal überhaupt die Energie dafür haben, dass sie kämpfen können. Das ist auch ein bisschen länger aushalten. Angriff von hinten. Na, darauf freut sich doch das kleine Vögelchen. Ne. Schön von hinten immer einen kleinen Angriff starten. So, Windfedern geklaut dafür. Und das kleine Vögelchen ist untergegangen. So ein Mies aber doch. Ja, so schnell kann es gehen, ne? So schnell können die fliegenden Viecher abgehen. So. Gut. Ja, dann wollen wir mal nach Deling City zurück, zu Oberst Carway und den Plan durchgehen. So, wir sind jetzt hier. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ich gar nicht. Ich geh mal da hin. Ah ja, wir sind hier richtig. Okay. So, dieser Bus fährt zur Villa Carway. Ja, wir wollen einsteigen. An Villa Carway aussteigen. Machen wir doch glatt. Wobei, wir wollten ja noch, äh... Ach ne, wir können uns ja glaube ich dann noch umfahren. Ja. Ne, ich geh mal kurz hier runter. Ähm... Nein. Hier wollte ich noch nicht hin. Ah ja. So, dann gehen wir noch auf die andere Seite. Mal gucken, welcher der Laden ist, den ich brauche. Genau. Das ist der hier. Den haben wir schon. Maverick. Ja. Uns fehlt die Drachenschuppe. Sonst könnten wir schön... Oh. Sie kann sogar schon, schon Rising Sun machen. Okay. Ich höre, warum nicht? Das sind also gleich mal ordentlich auf hier. Ist doch super. Ja. Gut, dann müssen wir halt danach mal gucken. Dann können wir ja hier mal vielleicht reingehen. Ein paar High Potions. Phönix Federn. Nehmen wir mal 5 mit. Genauso wie davon. Davon auch noch 5. Weihwasser für Zombie und Schuchen. Ne. Ähm. Zelte nehmen wir noch ein paar mit. 5 Stück reichen. Davon nehmen wir noch 4. So. Das sollte reichen. Gut. Na dann sind wir ja vorbereitet. Dann können wir ja zu Oberst KW gehen. Ähm. Ja. Im Jahr, im Jahr, im Jahr. Die ganzen Busse hier können mich auch umfahren. War? Nein. Ich stehe denen einfach nur im Weg dann. So. Sie wünschen. Sie wünschen. Die Antwort geben. Die Ziffer auf der 1er Stelle ist die. Äh. 1. Ziffer auf der 10er Stelle? 3. Auf der 100er Stelle? 0. 0. 1. Richtig. Sie können da reinkommen. Na dann los. So. Da haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Den brauchen wir aber nicht unbedingt. Alarm Galbadia. Machen gemeinsame Sachen mit einem galbadianischen Oberst? Was wird hier gespielt? Unnötig sich Gedanken zu machen. 1. Sieg fragt niemals. Warum? 1. Sicher? Ähm. 2. Der Vertrag mit euch. Der geht doch noch. 3. Was ist jetzt schon wieder? Bitte lasst mich nicht alleine zurück. 4. Wie sieht euer Plan denn aus? 4. Wie sie wieder herumdörren? 4. Du weißt wie mein Befehl erteilt. 4. Tu was du nicht lassen kannst. 5. Ok. Dann erklär mir alles. 5. Später. Wir gehen erstmal rein. Na. Mit euren kann ich nicht quatschen. Wie lange sollen wir noch warten? Puh. Mann. Was denkt er sich dabei? Ich werde mal Radau machen. Na dann mach mal. Das dauert aber. Wartet mal hier. Achja. Übrigens. Bin ich hier zu Hause. Also keine Sorge. Du machst doch jetzt keinen Ärger. Ne. Ach. Was soll das nun wieder heißen? Da ist er ja. Wo ist Rinoa? Sie ist nicht dafür trainiert. Sie fällt euch womöglich zur Last. Es ist zum Nutzen aller Beteiligten, dass sie an der Mission nicht teilnimmt. Sind sie vielleicht der Vater von Rinoa? Es ist zwar eine Weile her, seitdem sie mich so genannt hat. Der Vater ein hohes Tier beim Militär, die Tochter in der Widerstandsbewegung? Das kann doch nicht gut gehen. Richtig. Das sehe ich ebenfalls so. Aber das ist Familienangelegenheit. Das geht euch eigentlich nichts an. Das glaube ich eben nicht. Meine persönlichen Probleme sind, verglichen zu dem was auf uns zukommen wird, winzig. Für uns sind Befehle vom Garten und von Rinoa gleichermaßen wichtig. Wenn der Auftrag erledigt ist, werden wir ihr weiterhin als Seidner dienen. Wir mischen uns nicht ein. Nur behindern sie unsere Arbeit nicht. Was ist, wenn ich es doch tue? Mann, was für eine Frage. Eines vorweg. Wir sind Seeds. Wir machen alles auf unsere Weise. Hey, hey, hey. Ich will ja nicht stören. Was ist mit unserer Mission? Wollen wir nicht besser darüber reden? Erst einmal Waffenfriede, okay? Ich werde den Plan erläutern. Äh, wen nehmen wir denn jetzt mit? Nehmen wir Erwin. Ihr wisst, dass die Galbadianische Regierung einen Pakt mit der Hexe geschlossen hat? Zu ihren Ehren wird eine große Parade abgehalten. Die Zeremonie findet im Präsidentenpalast statt. Während der Zeremonie werdet ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Das Triumphbogenteam dringt in den Triumphbogen ein und wartet. Das Schützenteam hält vor dem Palast die Stellung, bis die Zeremonie vorüber ist. Genau hier an dieser Stelle, wo ich stehe, geht das Schützenteam in Position. Das Schützen und das Triumphbogenteam. Fünf Leute aufgeteilt in zwei Teams. Das ist der Präsidentenpalast. Nach der Zeremonie startet von hier aus die Parade. Dann wird dieses Tor geöffnet. Bis dahin solltet ihr euch ruhig verhalten. Bei Zwischenfällen wird die Parade gestoppt. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ist das Tor zu, kommt das Schützenteam an die Reihe. Da die Menschen auf die Parade schauen werden, wird das relativ einfach sein. Das Schützenteam muss schnell handeln. Das Ziel, die Terrasse am Palast. Im Vorzimmer auf dem Flurboden muss irgendwo eine Falltür sein. Da steht eine kitschige Spieluhr. Das Schützengewehr ist dort versteckt. Eindringen und bis 20 Uhr warten. Die Hexe wird aus diesem Tor in einem Auto losfahren. Der Wagen wird am Tor nach links abbiegen. So ungefähr. Wird es sich fortbewegen. Die Kolonne wird danach auf der Kreisstraße einmal um die Stadt fahren und wieder an diesen Platz zurückkehren. Aus dieser Richtung wird also die Kolonne wieder erscheinen. Danach biegt die Kolonne nach rechts ab und fährt hier weiter. Jetzt zum Triumphbogenteam. Um Punkt 20 Uhr passiert die Hexe den Triumphbogen. Genau in diesem Augenblick wird das Triumphbogenteam das Tor herablassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Um 20 Uhr steigt die Spielzeuguhr, in der das Schützenteam sich versteckt hält, empor. Zwischen dem Schützenteam und der Hexe wird es kein Hindernis mehr geben. Das ist dann die Chance. Peng! So sieht unser Plan aus. Wir müssen jetzt nur abwarten. Schaut euch in der Stadt um. Natürlich könnt ihr aber auch hier bleiben. Aber macht keinen Ärger. Was glaubt ihr, wen er vor sich hat? Wir sind nicht so wie seine Tochter. Wir sind Seeds. Natürlich. Hatte ich vergessen. Ihr habt freien Ausgang. Ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Wenn ihr bereit seid, kommt in meine Villa. Die Mission beginnt nach der Abschlussbesprechung. Okay. Ja wir können uns ja mal unten umschauen. Ich wollte eigentlich runter, nicht hoch. Die Leiter hinaufsteigen? Nein. Ach geht nur nach oben. Na gut. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das doch. So ich würde sagen. Dann gehen wir auch zur Villa. Wir sind glaub ich falsch oder? Es sieht so falsch aus. Ah ne ist richtig. Hier ist der Bahnhof. Dann müssen wir ja bloß noch hier lang. Und ich glaube hier hoch. Oder? Ja wunderbar. Das war der richtige Weg. So. Na dann gehen wir mal wieder zur Villa. Wir wollen ja der Hexe mal ein bisschen auf den Zahn füllen. Ne? So. Jetzt zur Teamaufteilung. Das Schützenteam besteht aus dem Scharfschützen und dem Anführer. Der Anführer hat das Kommando. Das Kommando. Falls etwas schief geht und die Mission nicht nach Plan läuft. Oder der Scharfschütze daneben trifft. Winke winke. Übernimmt der Anführer das Kommando und verwickelt die Hexe in einen Kampf. Wir müssen uns bedeckt halten. Deswegen muss der Plan perfekt sein. Das Hauptziel ist die Beseitigung der Hexe. Wir müssen unser Ziel um jeden Preis erreichen. Sogar dann, wenn meine oder eure Tarnung aufliegt. Wer ist der Anführer? Ich. Den Rest entscheidest du. Das Schützenteam ist okay. Ich und Irwin Kineas werden als Schützenteam vorgehen. Das Triumphbogenteam besteht aus... Hey, hey. Verstanden. Klare Sache. Wer führt das Triumphbogenteam an? Sorry, Xel. Christus. Christus Tree. Sie hat mehr Erfahrung, Xel. Okay, überlasse das nur mir. Gut, die Mission beginnt. So, jetzt können wir Christus spielen. Wunderbar. Ich bin in deinem Team, Christus, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Wir werden es der Hexe zeigen. Und, hey. Ich bin entkommen. Hat der was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Ruhe Squad. Sorry, Renoir, aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet. Schaut mal. Das ist ein Odinreif. Ich habe es in seinem Zimmer gefunden. Odin? Wofür soll das gut sein? Soll Hexenmagie eindämmen? Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll er ist. Aber er wollte ihn diesmal nicht benutzen. Wenn das Ding von Odin ist, muss es wirklich sehr wirkungsvoll sein. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Gell, gell? Und was willst du damit? Wer soll es der Hexe anlegen? Wer, wann und wie? Darüber wollte ich ja mit euch sprechen. Wir haben keine Zeit. Skor ist schon in Position. Wir haben auch unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist was anderes, als von zu Hause weg zu rennen. Es ist tot der ernste Sache. Hm. Ja, Renoir. Da stehst du wohl alleine da. Ich meine es ja auch ernst. Was weiß ich doch. Ich habe doch auch einen Plan. Im Fall eines Angriffs werde ich alleine vorstimmen, um Zeit zu gewinnen. Ein Kampf ist doch nicht nötig. Ich werde das Schiff schon schaukeln. Sag mal, ist es wahr, dass ein Sieg niemals warum fragt? Na, fahr dann. Manchmal würden wir ja gerne fragen. Zum Beispiel jetzt. Aber... Oh, mein Dauerpunkt. Warum willst du das wissen? Wenn der Feind ein richtig mieser Typ ist. Ah, Blitzraum. Äh, ja. Wahrscheinlich ist der Feind weder gut noch böse. Wir haben doch unterschiedliche Standpunkte. Mist, habe ich weggedrückt, wo ich den Dauerpunkt da angeklickt habe. Egal. Nein, das will ich nicht. Ich muss aufpassen, dass ich an die hinteren Tasten nicht rankomme. Boah, die schleichen. Die schleichen. Oh, nur so doof. So, ich meine. Jeder glaubt, dass er recht hat. Es gibt keine guten oder bösen Menschen. Nur solche, die für oder gegen dich sind. Oh, ja. Wir werden die Hexe hier festnehmen. Dann seid ihr an der Reihe. Das Triumphbaum-Team dringt hier ein und hält bis 20 Uhr die Stellung. Im Punkt 20 Uhr wird die Parade dem Wohrgen hier passieren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Pult bedient und das Tor hinabgelassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. So, jetzt noch eine Ruhe. So, wir haben schon Stellung gezogen. Wir gucken mal kurz mal an. Wie, was für eine Aussicht! Die Hexe einsperren und abknallen. Das ist irgendwie hinterhältig. Aber, das ist unsere einzige Chance. Es ist noch zu früh um den Schalter zu verdienen. Mit diesem Schalter kann man also das Gittertor hinablassen. Du machst das schon. Oder ihr drei. Ihr macht das schon. So dann gehen wir mal wieder raus. Ich glaube der Oberste ist woanders in die Hand. Raus hier. Äh da dann? Ne hier noch nicht. Dann da. Da ist ja ja. Deh 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 deh. Hier ist eure Position. Eine Frage Oberst. Warum will die Hexe so eine auffällige Parade durchziehen? Sie begibt sich zu ihrem neuen Hauptsitz, dem Gelber Diagarten. Deshalb will der Gabel Diagarten also die Hexe loswerden. So es geht los. Macht euch bereit. Ich werde in meiner Villa sein. Viel Glück. Glück werden wir nicht brauchen. Wir kriegen uns schon gebacken. Wir warten ja jetzt echt den ganzen Weg zurück. Achso. Was ist Quistus? Ich war wohl zu grob. Ich werde mich bei Rinoa entschuldigen. Rinoa? Was willst du machen? Dürfen wir unseren Posten verlassen? Bis 20 Uhr ist noch Zeit. Wartet hier auf mich. Aber. Wartet doch. Wartet doch. Wartet doch. Wartet doch. Wartet doch. Wenn die jetzt den Posten hier verlassen. Wartet doch schnell. Schnell hinterher, ne. In die Villa. Der Oberste ist sowieso schneller. Obwohl wir rennen. Aber er ist schneller. Bald wird es draußen hektisch, hier bist du aber in Sicherheit. Mist, er wird mich einsperren. Wenn ich will, schaffe ich es auch. Rinoa, es tut mir leid wegen vollen. Und zack. Ah, ah, ah. Sitzen wir jetzt fest? Der Oberst. Ich glaube wir sind zwischen die Fronten geraten. Das ist sehr sehr schlecht, ich mache mir Sorgen um Rinoa. Was wird hier gespielt? Rinoa ist wahrscheinlich alleine zur Hexe gelaufen. Sie wollte uns helfen. Aber wir haben ja Zeit. So, ja. Hier ist ein schöner Gullydeckel. Wir gehen mal runter. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Und wir machen mal so. Okay. Passt also alles. Achso und. gut. Okay. Das lernt sie noch. Da ist sie noch dabei. Oh, was haben wir denn da? Eine kleine Zeitschrift. Waffen neue erhalten. Sehr gut. Da gucken wir uns mal kurz rein. Wenn wir schon die Zeit haben. Oh, was ist das denn? Beim Schneide Trigger wurde die Klinge des Revolvers durch ein kräftiges Schwert dem Schneide Schwert ersetzt. Wie stärkste Gunplay ist der Gegenwart? Bündigte Items, Mesmeries Klinge und Schrauben. Alles klar. Die Valkyra. Windfeder und Zauberstein. Wir sind schon ein bisschen weiter, glaube ich, als die Valkyra. Äh, Ulysses. Das könnten wir eigentlich, glaube ich, auch schon. Und... Slavenilschwanz. Okay. Spitze Kralle fehlt uns da, glaube ich. Aber nicht schlecht. So. Hier holen wir's hier. Krötenpanzer. Okay. Boom life. Okay, mehr haben wir nicht. Alles klar. Dann wollen wir mal weiter einen Text machen hier. So, es ging halt bloß um die Zeitschrift hier. Die bekommt man halt nur, wenn man wirklich... Also, die bekommt man auch später. So ist es nicht. Aber... Äh, jetzt würde man die halt... Hier unten bekommen, so. Ach Gottchen. Upla, Flattermäuse. Was haben die denn so? Plätze und Analyse. Ach Gottchen. Ne, äh, die Zeitschrift, die würde man jetzt halt... Kriegen hier. Hat man ja gesehen gerade. Äh, ansonsten erst, äh, viel viel später. Äh, da müssten wir ganz weit dann schon voraus sein. Und hier kann man nur einmal hin. Beziehungsweise, ne zweimal sogar. Entweder hier mit Renoir. Oder mit Squall und Irvine. Ansonsten kommt man hier gar nicht hin. So, das haben wir auch. 3 AP. Wir können ja mit Renoir hier eigentlich auch ein bisschen kämpfen. Aber... Ach nee. Okay. Sie wird noch genug Gelegenheit haben zum Kämpfen dann. Später werde ich sie sowieso erstmal ein bisschen hochpushen. So, lieber weiter im Text. Gut. Dann würde ich sagen, speichere ich erstmal. Damit wir das auch haben. So. Und dann würde ich auch sagen, beende ich hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns auch mal wieder behindert. Vielen Dank und bis bald. Ciao! Tschau! 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 Tschau!